Einfach Milliardär werden, dann ist da dein Gehirn so, wo soll ich hin? Wenn ich mir sage, da ist mein Ziel, dann ist da mein Ziel. Ich werde Milliardär mit Parfüms. So, und wenn mein Ziel ist, ich werde Milliardär mit Parfüms, ups, aha, mein Ziel ist trotzdem, ich werde Milliardär mit Parfüms. Und was ist, wenn ich Arschgesicht nicht weiß, wo mein Ziel ist, aber Bock hab, was zu machen? Mein Ziel, ups, keine Ahnung, scheißegal, ups, jetzt geh ich hier lang, ups. Checkst du das, Alter? Okay, ja, 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 ja. Du musst wissen, wo hin geht. Checkst du das, Alter?